der geruch kochender lava daheim ist es am schönsten jetzt werden wir smithy zeigen ich möchte erstmal speichern oh mein gott monster einmal so und ich werde jetzt glaube ich nichts rausschneiden mehr um das ist natürlich ganz andere goombas als die die wir sonst kennen also wir sind jetzt einmal um die ganze welt gereist nur um herauszufinden dass das letzte sternteil bei bowser ist okay das regt mich gerade ein bisschen auf so ist nun mal da nein ich möchte noch was gucken und zwar spezial status wo kann man denn bitte noch mal lesen ab wann man eine neue spezialattacke kriegt oder kriegen die keine mehr das wäre natürlich auch nicht schlecht schnell hier auf fakt da kommen bausers laune die monstle sind verwirrt was malak ruka und und wie ist der zweite turbo trooper heavy trooper bereit zum abflug bärms 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 danke jäh melo erreicht level 22 tangiert mich nicht oh fuck oh das schneide ich raus schneide ich ganz sicher so ja 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 der letzte doch nein nein oh was ist denn hier ach hier waren wir ja noch gar nicht nein kuba kuba oh fuck oh fuck nein so äh nein man das kotzt mich an so ach das war eine froschmünze oder ne ok ah nein 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 kuba ach ja das gute alte bauskappen was der ist nach unten gefallen ein speicherpunkt und warum ist da kroko kroki was machst du hier nein ich möchte erstmal speichern nicht dass er wieder gegen uns kämpfen will so hey mario warst du schon beim speicherpunkt ist hier sehr gefährlich also speichere besser brauchst du was ich habe einige items da was warum hilft der uns auf einmal ok aber wenn das so ist ich möchte ein paar hilf mir auf haben items verkaufen würde ich auch gerne nämlich den kraftsaft und die würde ich verkaufen und dann kaufen wir uns jetzt noch ein paar hilf mir auf und so und jetzt speichere ich nochmal ich habe angst wenn er schon sagt das wird sehr gefährlich dann wird das auch sehr gefährlich es gibt sechs türen möchte ich zu einer erklärung ja bitte von sechs türen führen zwei zu action kursen du verträgst eine menge action richtig zwei führen dich zu kampfkursen du kannst doch kämpfen die letzten zwei führen dich zu puzzle kursen kein kein problem für einen alten rätsellöser wie dich oder sobald du einen weg willst gibt es keine umkehrmöglichkeit der einzige weg zu wissen was hinter einer tür ist ist hindurch zu gehen du musst vier der sechs kursen bestehen um weiter oh fuck nein oder scheiße ok leute aber ok ich werde schon einen weg machen nämlich die ich halt die augen ich mach die augen zu welchen weg habe ich genommen scheiße ich weiß nicht welchen weg ich genommen habe naja werde ich dann nachher in der aufnahme sehen und das hier werde ich alles nicht rausschneiden weil weil das ist ja eigentlich gehört ja eigentlich zum spiel die ganzen kämpfe gehören zwar eigentlich auch zum spiel aber die sind ja random und das hier ist ja eigentlich vorgescriptet würde ich mal so sagen und ich mach so eine menge schaden das freut mich wirklich so ultra pilz hab ich gekriegt kupa oh fuck bäums bäums attack ich hab so einen trockenen hals das ist eklig so 240 schaden nicht schön aber selten 34 naja hätte besser sein können und tobt und baus erreicht level 22 und was ist es geister geister hatten wir lange nicht mehr boohus der big boohu so machen wir erstmal die hier kaputt ich wollte ich eigentlich noch nicht mega erholung super 48 schaden schraue sperms ihr seid so einfach ich lalalala bin zu stark für euch und schei geist auf 5 von euch 5 von euch 5 von euch ouch ouch scroll bell nein 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 das war mir so verdammt klar lucky ähm scheiße ich möchte keine Dings aufgeben deswegen wäre ich einfach mal ab bams 141 und lucky und der hat einfach ab ok verdoppelt eine xps war noch 4 gleich ok das soll mich nicht stören was noch mehr ach wie viel denn noch ist das richtig ich gehe einfach ab bei mir ich bin nicht ich bin aber ich bin Und Geno. Cool. Wieder hier magischer Angriff. Oh, Fischisch. Fischisch und Mr. Kipper. Mako. Die Makos sind doof. So. KP Max. Ouch. das hat ja richtig viel schaden gemacht und kriegen wir noch ein level up hier zustande von mario oder von peach erst mal und dann von mario warum jetzt diese monsters werden immer schwächer ich meine die kennen wir auch schon ja dass die ganz am anfang gewesen oder die waren mit ganz am anfang sagen muss und nein nein meine freunde todessichel blitzkugel klingt spannend klingt wirklich spannend kristall die pomeo ich mache erst mal die creeper kaputt okay die weg beide einfach noch eine blitzkugel und tot und ist jetzt hier es ist immer noch nicht vorbei und diese dinger dauern ja ewig das ist ja bescheuert scheiße ich möchte diese tür loswerden lakito lakito ach die gegner werden trotzdem immer einfacher mampfer aber er wirft mit mäusen nach mir zehn erfahrungspunkte wow das ist ja richtig krass sternig die sind auch nicht stark die schamanen sind eigentlich ein bisschen stärker aber ob jetzt nicht so die masse nicht schon die magie so kaputt ja peach super ähm mit ihr gehen wir weiter auf die magische anfang und verteidigung weil wir dann noch mehr heilen ja ihr wollt mich doch mal verarschen ihr wollt mich doch einfach noch verarschen ähm supersprung bämm 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 und immer noch keiner besiegt lucky lucky strike und und ähm ja können die sich mal ein bisschen beeilen so und nochmal geno wirbel ne geno stoß nochmal die klingel klingelt oder die klingel klingelt ähm nein mach ich nicht bitte zuerst danke ok sterngewehr erhalten und warum hat es sich aufgehangen ok dann werde ich erst mal sagen das war's für heute mit super mario pg ich bin weit gekommen aber ich weiß nicht warum es sich aufgehangen hat das war's bis morgen klingel